Hallo zusammen, ich habe Fuß auf deutschem Boden gesetzt und mein Reisen ist damit beendet. Ich könnte heulen. Meine Eltern sind glücklich, dass ich wieder da bin. Für mich geht es jetzt nach Hause, das heißt nochmal zwei Stunden Fahrt. Wenn wir nicht im Stau stehen auf der deutschen Autobahn, werde ich mich relaxen, ausparken und mein langweiliges Leben wieder weiterführen. Und dabei werde ich mich nicht filmen. Das heißt, dies wird auf jeden Fall der letzte Travel-Vlog, den ihr sehen werdet. Ich werde noch ein Video machen über meine Weltreise, meine Tour, die ich gemacht habe und ein paar Q's and A's. Und dann beende ich den Vlog, meinen Reisevlog, den ich über zwei Jahre hatte. Und mein Baby, was ich trotz nicht so vielen Reviews immer weitergeführt habe. Und dann danke ich fürs Zuschauen und wünsche ich euch viel Spaß bei anderen Reisevlogs oder reist selber. Und sobald ich wieder am Reisen bin, seht ihr das hier. Und damit wünsche ich euch alles Gute am Statschau. Kannst du mal aufhören? Sag das doch nicht, wenn ich hier am Film bin, aber... Ja, das kommt schon ganz einfach an Schneiden.